Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dyson Sphere Program, in dem wir gesagt haben, wir benötigen mehr Leuterium, würde ich mal behaupten. Wesentlich mehr Leuterium, da ist nichts drin. Da ist überhaupt nichts drin sogar. Okay, dann sagen wir mal, wir hätten gerne die hier und zwar einmal komplett durchgezogen. Wunderbar, use now. Für einmal hier und das gleiche machen wir nochmal. Für quasi hier, wunderbar. Das heißt, es fehlen uns noch 36. Oh Gott, das ist viel. Ich kann nicht immer so viel dabei haben. Nee, ich kann gar nichts davon machen. Macht nichts. Macht rein gar nichts. Ähm, wir sagen nämlich einfach in der Planetar, komm mal her, wir möchten dich hier haben. Und sagen, wir hätten erstmal gerne ein bisschen Warp. Demand und Demand. Dann haben wir dicht drin, dichter drin, man weiß nie für was. Dann benötigen wir eigentlich nur jede Menge Hydrogen. Das wäre recht schön. Hi, du. Schon hier. Zack. Demand und Demand. Energie kommt auch noch ein bisschen was neu. Wir haben die Tung auch ein bisschen was. Quasi so hin. Go, go, go. Geladen wird alles. Der Rest wird genau, würde ich gerade sagen, auch noch kommen auf Dauer. So. Dich, dich und dich hier. Ähm, wenn ich das richtig sehe, kommt da hinten eh nicht alles an. Dann sagen wir nochmal, wir hätten noch gerne, bam, 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 einige Ausgänge hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und jagen alles, was wir hier drüben haben. Mal darüber, was nichts mehr ist momentan. Okay. Okay, das können wir gerade nicht machen. Planet Nummer 3 müssen wir gleich nochmal hingucken. Ähm, mhm, 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 mhm. Alles dafür, dass wir endlich mal genug Raketen haben und den Rest der Gartaxis vor uns einzunehmen. Das wäre gar nicht mal so das Schlechteste. Ich wäre ein Riesenfan davon. Und, ich würde gerade sagen, danke dafür. Wir müssen, glaube ich, genau da runter irgendwo. Ne, hier. Einmal dorthin. Denn wir müssten in der Kiste, glaube ich, unser Zeug haben, was wir dafür brauchen. Das war es nicht. Ähm, oder doch nicht. Oder doch nicht an der Stelle, okay. Leicht geirrt. Das können wir aber mal mitnehmen. Das brauchen wir wahrscheinlich schon noch. Brauchen wir dazu, Megastrukturen. brauchen wir auch noch. Wunderbar. Hätte man davon schon mal genug. Ansonsten geht es um Gedönste hier. Hier mal 8000 Stück davon. Das passt. Und dann bauen wir einfach mal jede Menge auf davon. Die besseren, die brauchen wir wahrscheinlich auch irgendwo hier. Ah, da. Wird gerade sage. Zack und zack. Wunderbar. Dann kommen wir wahrscheinlich auch noch vor uns. Einige können wir machen. Aluminium fehlt uns. Ganzhaft Aluminium. Okay, warte. Weg mit dir. Weg mit dir. Aluminium Alloy. Aluminium Alloy. Dann müsste man eigentlich auch hier irgendwo drin haben in einer Türme. Jepp hier. Wunderbar. So. Bauen, 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 bauen. Ganz viel bauen. Danach kommt das nächste Erläuter führen. Äh, machen wir mal das Ganze voll. Wunderbar. Und weiter bauen. Nochmal 10 Stück. Das heißt, dann haben wir die 31, die wir benötigen. Vielleicht wahrscheinlich sogar noch mehr eigentlich. Ein paar Chips. Ein paar Computerchips. Vielleicht finden wir die noch in irgendeiner Kiste. Jepp. Ich kann es eigentlich schneller mit dieser bekommen. Umso glücklicher bin ich doch. Und wieder ein bisschen was hiervon hat. Da können wir auch hier gerade was klauen. Wunderbar. Und die nächsten paar machen. 41 Stück davon. Du kommst weg. Und dann brauchen wir noch hiervon eine ganze Ebene hier. Das passt so weit. Okay. Wir können zurück. Wir haben unser Baumaterial. Mehr brauchen wir gerade nicht. Auf dort rüber. Auf, dass wir noch mehr Deuterium herstellen können. Durchbrennen. Ah, das sieht schön aus. Ich weiß, es ist rot. Das Rot ist echt ein starker Kontrast. Muss ich mir vielleicht nochmal überlegen, das anders zu machen. Aber ich finde, das hat was. Ich finde, das hat wahr. Haha, allöch'n aber auch. Hey, Kollegen. Ähm, wo waren wir auf der anderen Seite? Okay. So, bitte alles mal hinbauen. Wirklich alles hinbauen. Das Ganze können wir wahrscheinlich dann gleich nochmal machen. Aber für den Moment haben wir schon was wir benötigen. Ich habe zu viel davon mitgenommen. Stelle ich gerade fest, was so ist. 16 weitere. Ach, die sind gerade noch am Bauen. Okay. Ich würde gerade sagen, alles haben wir noch gar nicht fertig. Aber es wird auf Dauer. Es wird. Go, 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 go. Sobald alles da ist, läuft es besser. Ihr lauft überhaupt noch nicht. Nein. Dann sag mir doch mal. Wir hätten hier gerne einmal dich hier drin. Und dann dich hinein und dich hinein. Und du kommst auch nochmal hier rein. So. Dann klauen wir dich. Stellen dich bis ganz nach da hinten hin einfach mal. Quasi so. Bis dort rüber. Dann müsste es auch soweit funktionieren. Habe ich noch was irgendwo? Ne. Kommt es rüber? Es kommt alles rüber. Okay. Ähm. Wir sagen. Da kommt was raus. An Wasser. Ja. Da kommt was raus. An Wasser. Ja. Da kommt was raus. An Wasser. Ja. Go, 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 go. Oh. Warum zum Geier? Jetzt haben wir auf einmal zu wenig. Danke dafür. Ah. Unschön. Ganz, ganz unschön. Das dauert noch um eins. Und nochmal um eins. Jetzt da. Zu wenig Strom für die ganze Aktion hier. Viel zu wenig Strom. Aber gerade haben wir noch. Ah. Wahrscheinlich haben wir gerade sonst irgendwo aufgestellt. Okay. Sehen wir hier wie viel Strom für was verbraucht wurde eigentlich gerade? Ne. Es ist einfach nur, dass allgemein zu wenig da ist. Ja. Das ist in Ordnung. Das passt schon. Gucken wir uns gleich nochmal an. Ähm. Wo haben wir denn die speziellen? Die haben wir hier. Zack und zack. Weil die hier zu viel Energie wahrscheinlich gerade fressen. Gut. Müssen wir nochmal was kleines machen gleich. Es wird keine Löcher mehr geben. Nein. Ähm. Hier holt gerade Energie her. Bis zum geht nicht mehr. Jep. Das auf jeden Fall. Aber wir bräuchten noch mehr, wenn ich das richtig sehe. Jep. Noch wesentlich mehr. Gut. Kopieren. Das gesamte Ding kopieren wir nochmal. Use now. Wunderbar. Und dann tun wir kurz den Blockbereich hier nochmal machen. Jep. Und zack. Jep. Und zack. Jep. Jep. Und zack. Müssen wir quasi einmal hier rüber kommen. Habe ich denn? Ich habe nichts mitgenommen dafür oder überhaupt nichts sogar. Das kommt alles auf die Seite. Das heißt. Kurz mal das noch hinsetzen was wir haben. Dann dürften wir zumindest etwas mehr Energie kriegen. Müssen wir vielleicht noch gucken, dass wir ein paar Solarspeichen noch hinsetzen. Ah. Gucken wir mal her. Das wiegt von hier ab. Okay. Das lässt sich natürlich ganz schnell reparieren hier an der Stelle. Ähm. Bitte da rein. Und dann so und so und so schon mal rüber. Verbraucht werden es auf jeden Fall schnell. Local Supply und Co. gibt es auch überall. Wahrscheinlich nicht mehr so viel. Ah. So gut wie weg. Okay. Alles klar. Ähm. Haben wir die bessere Variante? Hätten wir sogar noch. Zum Beispiel mal das vorhin das abbauen. Das bringt soweit nichts mehr. Aber wir können noch ein paar normale hinsetzen. So. Und so. Einmal gebaut und einmal bis nach dort hinten gebaut. Passt. Du bist auch am Schluss dran. Du bist auch dran. Du bist auch dran. Okay. Heimatplaneten nochmal. Mal. Die Sache mit der Energie. Ab einer gewissen Größe wird es größenwahnsinnig wenn es darum geht. gut. Aber wenn auf den Pläten auch mal nichts mehr zum abbauen ist gewinnen wir auch ein bisschen was. Na komm. Und go jetzt da. Ja. Ein kleines bisschen werden wir dann noch besser werden. Äh. Hup. Fast richtig. Ähm. Falsche Seite auf jeden Fall. Jep. Sowas von falsche Seite. Hallöchen zu euch. Ich müsste glaube ich eine ganze Ladung noch in petto haben. Eigentlich ja. Irgendwo haben wir doch noch was. Ist hier was drin? Hier sind alte Gebäude drin. Haben wir noch welche da? Hier alle alten Gebäude müssen wir nicht mehr brauchen. Habe ich bereits weggetan. So wie es ausschaut. Das war für einen Angriffskrieg. Die können wir mal weg tun eigentlich. Das muss man sagen. Ihr kommt weg. Ähm. Ansonsten. Ich möchte auch noch ein bisschen was weg machen. Das ist in Ordnung. Und eine Ladung holen von. Parampampampam. Da hinten ist es. So. Wenn man gerade ein paar mehr machen möchte. Können wir das auf jeden Fall. Wir brauchen nur noch ein paar. Ah. Die Verteiler haben wir auf jeden Fall. Aber. Bei den Straßen sieht es gerade noch ein bisschen schlechter aus. Zack du hin. Dann tun wir da noch ein bisschen was holen. Und. Ah. Da hinten sind sie. Einen weiteren. Wunderbar. Damit sollten wir unsere Probleme wiederledigt haben. Indikator. Hier hat bestimmt du bisher geflogen. Ja. Noch jetzt soweit. Noch bist du keine Bedrohung da drüben. Tun wir auf noch. Achso ja. Mich muss erstmal. Sag mal. Hier wegwarpen. So. Ein weiterer. 90 Grad. Warpunkt quasi. Äh. Halt. 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 mitgenommen haben. Bitte einmal rein. Dankeschön. Schauen wir doch mal. Hier eben so. Raus, 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 raus. Das dauert bis das mal funktioniert hier. Können wir das Ganze noch erweitern? Ich würde mal sagen, ja. Ja, nicht unbedingt hier. Bei denen. Aber die andere Seite. Die andere Seite müsste funktionieren. Ganz schön viel Zeug hier unten an. Okay, genau, dass wir da noch mal einen Ring hinsetzen oder sowas. Oh, das war jetzt ein bisschen... Moment. Wie wäre es mit dem Ganzen hier einmal? Okay, ist ein bisschen doof. Irgendein Ring, der weit außen war und der funktioniert hat. Du, schau schon mal nach was aus, was funktioniert. definitiv so wunderbar. Use now. Sörtl einmal quasi dort hinsetzen. Und das gleiche noch mal so hinsetzen. Ja, das passt. Und das Ganze auch noch mal hier drüben hinsetzen. So gut wie es geht natürlich nur. Dann passt es auch für mich schon mal. Go, 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 go. Haben wir noch was übrig? Yep. Von jedem etwas. Du gehst hier doch und du gehst da doch. Sie haben sich hoffentlich auch alle verbunden, so wie es ausschaut. Yep. Zum ersten Mal hat es funktioniert. Ah, wie genial. Okay. Eine kleine Veränderung ist hier noch, aber das macht rein gar nichts aus. Dann sagen wir mal einmal weg hier. Einmal dicht da reinschmeißen. Und dann habt ihr euch wieder hier lieber am besten. So rüber hin. Und das scheint mir ein bisschen problematisch gerade zu sein. Ja, ein bisschen. Mach bitte nur bis dahin. Das passt dann schon. Du kommst noch weg und du kommst weg. Muss ich das für alle machen? Anscheinend ja. Okay. Was soll es? Sind ja zum Glück nur ein paar Stück. Das kriege ich immer noch hin. Ja, und andere Richtung. Wunderbar. Mit bitte hier auch noch reinhauen. Mhm, das passt. Und schauen wir uns ein bisschen mehr. Oh mein Gott, ein bisschen. Aber wirklich nur ein bisschen. Ähm. Was haben wir sonst noch im Angebot? Wir könnten das hier noch hinstellen. Stell ich gerade fest. Yep. Yep. Einmal hier. Und einmal so. Mhm. Haben wir noch genug übrig? Ein bisschen was. Ah, klitzeliger ist bis ich in was. Und dann müsste es glaube ich ausreichen für den Moment. Wie gesagt, die ganze Affäre selbst muss ja auch erstmal noch ein bisschen gesteigert werden in der Effektivität. Jetzt ist man eigentlich gekommen. 14,3 mittlerweile. Also die Dauerbomber hilft ordentlich. Über 20 sollten wir viel Faltungen schaffen, würde ich mal behaupten. Und zwar müssen wir nochmal irgendwas machen, aber da finden wir schon noch ein Notfallmuster. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. können wir das noch irgendwie verbessern? Ah, nicht ganz. Okay. Wenn von hier hinten nichts kommt, dann müssen wir es von hier nochmal machen. Wir sagen einmal, du hier kommst mit. Einmal hier rüber gestellt. Bis dorthin rüber. Dann haben wir natürlich genau wieder die Ware in die genommen, die nicht in die Richtung geht, die ich gern hätte. Schade, schade, schade. Reversen, reversen, reversen. Kleiner Patch-Feder gefunden. Sind wir denn schon so weit? Ja, wir sind so weit. Okay. Weg damit. Und einmal anschließen. Dann können wir nochmal durchgucken, ob wir vielleicht irgendwelche Abbaugerätschaften noch wegmachen können. Mhm. So, Plan-Kurv wird auch als Grad genutzt. Ja, es wird auch noch weniger. Schaut jetzt aus. 51 Prozent. Ja, ein bisschen mal zubekommen. 1,8 wird besser. Wird definitiv besser. Ich schätze bald euch aus. Ich kann sagen, das ist schon ein bisschen wenig. Aber wir möchten das auf jeden Fall weghaben. Schneller, umso glücklicher bin ich. rein da, rein da, jib. So. Die zwei Venen gibt es bald nicht mehr. Was ist hier oben los? Ihr krabbelt an der letzten hier gerade rum. Das ist in Ordnung. Das passt. Ihr krabbelt auch alle rum. Wunderbar. Wahrscheinlich wird es gerade überall so sein. Ja, die letzten werden hier und hier auch gemacht. Es staut sich hier. Das macht aber nichts. Also wir haben genauso wie hier. Okay, wo haben wir denn unsere kleine Anlage gehabt? Ich kann sagen, das ist ja komplett ineffektiv hier. Dann sagen wir eher, wir tun nochmal einen hinstellen, der quasi gar nichts abgebaut. Okay, noch einmal so und dann noch einmal so rüber. Und funktioniert das zumindest mal Nummer 1 und Nummer 2 noch darüber hin. Du kommst weg. Das kann ich verbrauchen eigentlich Fließbänder auch Strom. Meint das nicht? Okay. Die ist schon mal eine gute Nachricht. Haben wir denn noch weitere? Wir hätten sogar noch welche übrig. Hm. Wir brauchen immer mehr Strom. Aber so ist es. Wir brauchen immer mehr Strom. Dich nehmen wir mit. Und bauen das, wenn es geht, noch einmal nach der unten hin. Ja, das sieht doch nicht mal so schlecht aus. Hm. Passt. Nehmen wir mit. Nehmen wir so mit. Ist es auch richtig hingestellt? Yep. Damit es darüber geht. Okay, passt. Wunderschön. So, jetzt mal zu Hause. Damit können wir angeben. Gerade sagen, die eine Drohne kann hinten noch bauen. Wunderschön. Wunder, wunder, wunderbar. Es ist alles miteinander soweit verbunden. Mhm. Nach und nach solltet ihr alle auch diesen Effekt bekommen. Yep. Die sind alle drin. Aber nur normal. Warum nur normal? Ach, genau. Weil ich hier oben ich habe kein Glitter oder sonst irgendwas. Das ist natürlich ein bisschen unschön. Es ist sehr unschön sogar. Dann habe ich eine Idee, wenn ich sonst nichts finde. Ah, hier. Aha. Guck mal her. Wir hätten hier gerne einfach Supply, was soll's. Her damit, her damit. Und nutzen das Ganze dann, um irgendwo rauszufahren. Hier. Das wollen wir doch sehen. Einmal nach oben mit dem Ganzen. Ich würde sagen, dann könnte man nämlich auch dich aktivieren. Dann schmeißen wir dich nach da unten, dich nochmal nach oben. das geht so nicht, aber so würde es gehen. Wunderbar. Ein bisschen was hier noch hinmachen. Hier geht's rein und wird weiter verarbeitet. Yep. ein Genie. Ich bin ein Genie. Das stehen nämlich auch mit angeschlossen, ihr beiden. Wir werden das hier noch mit anschließen. Und den Rest können wir nach da hinten jagen. Und sagen hier auch nochmal, bitte einmal anschließen, anschließen. Du kommst hier raus, du kommst hier raus. Oh, wie seht ihr euer Zeug eigentlich hier? Ah, von hier. Okay. Ja, nee, dann können wir das auch hier so machen. Überall alles angeschlossen lassen. Bitte nach oben. Wie fahren wir da jetzt am besten rein? So, eventuell so rüber. Bis wir da sind. und von da dann einmal so rum rein. Mhm. Passt. Dann sind die auch mal aktiv. Wenn es ein bisschen besser, alles wunderbar. Über 52% Leistung. Yippie. Tendenz besser werden. Da ist es 4. Total power requested. Total power generated. Ja. Wird alles noch dauern. Aber sie produzieren wieder. Das ist die Hauptsache. Es wird hier wieder produziert. Sobald ich das hier anschmeißen, wird es nicht mehr produziert. Kommt diesmal alles durch? Jepp, jetzt geht alles durch. Dann sagen wir jetzt nicht, dass wir hätten gerne ein Import hier. Ein Import hier. Neida. Und Neida. So, du hier. Mache mir bitte Wasser. So rum. So rum. So rum. Und so rum. Ebenso du hier. Wasser bitte einmal darum rein. Und du machst schmieres Wasser. Einmal direkt in die andere Richtung. Und einmal hier rum. Ja, das war klar. Das war so klar, dass es nicht funktionieren kann. Aber was soll's. Rein mit dir. 16.8000 ist wunderbar. Und wir sagen, ihr produziert natürlich unser gutes Deuterium. Das können wir sagen, direkt da reinpumpen eigentlich. Ja, dem wir was brauchen gerade. Ne, wir sagen einfach, was soll's kommen. Wir haben ja alles, was wir brauchen. Deuterium für den Supply, egal für welchen. Und wir hätten gerne das Ganze so gemacht, dass wir zwei Inputs hier und dort haben. Das heißt, du kommst da hin und kommst dann darüber rein. genauso wie du darüber kommst. Du, mein Freund, kommst ebenso darüber. Aber jetzt sind die Art und Weise nicht schön, aber funktionell. Und du wirst einmal nach komplett hier rüber verlegt. So, passt. Achso, ja, man müsste natürlich es durch einen verbinden mit allem. Deuterium ist funktioniert wieder alles. Auch wenn der Strom jetzt wieder das Problem ist, aber was soll's. Wir steigern uns. Ah, allgemein. Ah, okay, ich verstehe es. Du bist noch nicht mal komplett online hier. Habe verstanden. Jo. Ah. Go. Und go. Hätte man vielleicht auch mitnehmen sollen, wenn man es schon so machen, aber ja, gut. Im Nachhinein ist man immer klüger. Dich nur noch mit und dich noch mit. Es müsste alles aktiv sein. Auch wenn man keinen Strom haben ist. Oh je, oh je. Ja, so will ich es nicht mal Teilchenbeschleiniger. Ähm, hm. Ihr arbeitet ziemlich stark, stelle ich fest. Und es reicht immer noch nicht. Wir könnten da noch was hinstellen. Das wäre noch eine Option. Komm doch mal her. Ähm, du verschwindest mal, du verschwindest mal. Ich muss mir hier kurz aufräumen. So. Und dann sagen wir, wir hätten gerne dich hier einmal mitgenommen. Ähm, hm. Das geht gerade nicht, weil die Bahn hier im Weg ist. Okay. Hm, 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 hm. Hm. Das kriegen wir aber auch, ach, guck mal. Sogar eine Sache, die wir immer wegbauen können. Und zwar komplett. Weg, 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 weg. Finde ich gut, wie sehr gut. Das heißt, wir hatten jetzt hier eine Bahn noch durchgelegt. Genau, das warst du hier. Ähm, dich noch vorhin wegbauen. Ja, wo du noch hingekommen bist, aber es ist in Ordnung. Es ist weg, auf jeden Fall. Passt. Jetzt bauen wir auch noch vorhin das Verschwinden. Ähm, mein Freund. Abziehen, so. Brauchen wir nicht mehr. Jetzt aber. Wir hätten gerne dich hier hingestellt. Ja. Scheint sogar zu funktionieren. Und wir sind von hier aus drin. Okay, ähm, wir hätten gerne einmal die hier und dahin. Passt soweit. Sind die, die sind auch nicht geladen. Warum ist ja eigentlich nie irgendwas geladen? Verstehe, wer will. Müssen wir rausfinden, wo das ganze Zeug überhaupt herkommt. Und dementsprechend mal Ladung drauf machen, damit es effektiver wird. Wie viel braucht ihr eigentlich gerade? Na, ich würde mal sagen, ihr seid auch so ein großes Problem, warum wir so viel Energie verwenden. Aber, hilft ja nichts. Hilft ja alles leider überhaupt rein, gar nichts. Wir brauchen ja die Energie. Ist ja jetzt nicht so, als wenn wir uns hier irgendwas ausdenken. Ähm, wo sind wir zu Hause? Wunderbar. Go, go, go. Ich kann sagen, damit das noch vor uns gebaut wird. Ähm, wir brauchen noch einen Verteidigungsschirm. Ja. Falls es was sein sollte. Oh. Ich kann sagen, hier einfach mal einen reinstellen. Das passt schon. Der sendet auch ein bisschen was. Wo kriegt ihr euer Zeug? Ja. Ach, das ist, ach, genau, das ist ja dieser Mega-Klotz. Das dauert ein bisschen. Das dauert ein bisschen, bis alles kommt, aber danach funktioniert's. 2 Gigawatt. Wir haben eins dazu gemacht und bei weitem nicht genug nachgemacht, wenn ich das gerade richtig sehe. Jepp. Das wird immer noch nicht ganz reich. Mich schätzen bei euch momentan aus. Ihr macht gerade nichts. Na, aber doch ein bisschen was macht's. Oh, das ist gut, das ist sogar sehr gut. Ich könnte sogar gleich noch mehr machen. es passt zwischenrein. Aha, nice. Ich hatte jetzt gerade schon Schiss, dass das nicht funktioniert, was ich mir gerade so vorstelle. bis nach da hinten durch. Das würde gehen. Jepp. Sogar relativ gut. Und wir sagen bitte einmal noch einen Verbinder. Die Linus ist gerade echt aus. Ich habe aber noch nicht mit so einem großen Bauvorhaben gerade gerechnet, gebe ich zu. Sörtel alle richtig rum, Jepp. Ein paar hundert Stück habe ich noch da, von da noch ein bisschen was. Ja, etwas geht noch. Nicht viel, aber etwas. Komm schon, pom, 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 pom. Lass es krachen. Dieser Strombedarf. Lass nur noch ein bisschen höher kommen. Nicht mehr viel, sondern noch ein bisschen was. 15 Stück haben wir noch sogar noch drinnen. Das müsste man nur soweit schaffen können. Okay. Dann müssen wir erstmal pausieren an der Stelle. Habe ich denn zwölf Schüsseln, hätte ich noch übrig. Ähm, na, warte mal. Können wir das noch vorhin machen. Geht das hier quasi? Ungefähr hier irgendwo müsste es sein. Ja, das passt. Mhm, das hat gerade noch hingehauen. Äh. Ich würde sagen, Drohnen hauen nach da hinten rum ab. Okay, warum nicht? Warum nicht? Ah, dir fehlt jetzt Strom, damit du noch helfen kannst. Passt. Sitz passt und hat Luft. Wir haben wieder genug. Mhm, 57% tendenz besser werden. Das heißt, ihr solltet jetzt auch nach und nach funktionieren. Machst du so bleib, das ist in Ordnung. Deuterium haben hier. Ihr pumpt hoffentlich alle was raus. Ja, bis ganz nach hinten sogar. Es dauert einfach nur ein bisschen. Okay, das heißt, wir müssten jetzt auch wieder jede Menge Raketen haben. In der Theorie. um damit die nächste Stufe und das Evasionsplatz zu machen. Der da lautet, wir gehen nach Äther. Ich glaube, Äther waren wir bereits. Äther waren wir bereits. Da ist nichts zu finden. Ach, das ist schön, wenn mal nichts da ist. Piu. Okay, da haben wir was. Byte. Das Bytesystem. Das muss obert werden. Aber erst beim nächsten Mal. Macht es gut und wie immer. Tschüss. D! Och. jetzt. finally.